Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Beim heutigen Podcast geht es um das Thema Liebeskummer, also dranbleiben. Unglückliche Liebe, enttäuschte Liebe, nicht erwiderte Liebe ist eines der Hauptgebiete und ich habe immer wieder ganz viele Klientinnen und Klienten, die sich mit diesem Thema herumschlagen und natürlich auch wahnsinnig darunter leiden. Deshalb denke ich mir, ist es mal an der Zeit, einen Quick-Tipp oder mehrere Quick-Tipps zu geben, wie man denn am besten mit Liebeskummer umgehen kann, beziehungsweise wie du dich selber da ein bisschen rausholen kannst aus der ganzen Sache. Beginnen wir einfach mal mit den Tipps. Mein Tipp Nummer 1 bei Liebeskummer ist, bleib realistisch. Bleib realistisch heißt, auch andere Eltern haben schöne Kinder. Also es muss nicht immer der eine Traumprint sein, der eine richtige Mann sein, die eine Chance, die nie wiederkommt. Also einfach mal am Boden bleiben. Es gibt noch viele andere schöne Söhne und schöne Töchter auf dieser Erde und ich garantiere dir, gerade der Typ oder die Prinzessin, die dich gerade verlassen hat, ist nicht die allerbeste auf der Welt. Das heißt auch nicht, dass du da jetzt beleidigend werden musst, aber einfach realistisch bleiben. Denn eine der Fallen ist einfach, viele Klienten kommen zu mir und sagen, das war diese eine Person und so wen finde ich nie wieder. Und ehrlich gesagt, ein halbes Jahr später, ein Jahr später, je nach Typ, haben sie wieder wen gefunden und oft einmal schon die Erfahrungen der gescheiterten Beziehung mit einbringen können, dass ihnen das nicht mehr so passiert. Mein Tipp Nummer 2 bei Liebeskummer. Mach dir einfach mal deine eigenen Gedanken bewusster. Das ist generell so ein Aufmerksamkeitstipp, aber mach dir mal bewusst, wo du mit deinen Gedanken bist. Ganz, ganz viele Klienten von mir kommen und sagen immer, was denkt sich er jetzt? Warum ist die eine besser als ich? Warum hat sich mein Partner für wen anderen entschieden? Ist er jetzt überhaupt glücklich? Oder liebt er mich nicht auch noch? Und alles, was da passiert, ist ein Fokusverlust. Da muss man sich bewusst machen, was hast du denn eigentlich in der Hand? Du kannst nur über deine eigenen Gefühle bestimmen. Ob jemand anderer dich liebt oder nicht liebt, liegt eigentlich nicht in deiner Hand. Das heißt, je mehr du an andere denkst, an den Ex-Partner denkst, umso unglücklicher, umso verzweifelter wirst du werden. Da entsteht dann ein Leidensdruck und der lässt sich dann ganz, ganz schwer lösen. Also bitte sei bewusst und bleib bei dir. Denn nur du kannst über deine eigenen Gefühle entscheiden. Also das ist so ein ganz wichtiger Tipp. Und da sehe ich auch, wo ganz viel eben so Leiden passiert. Also deshalb ist mein Tipp, bleib bei dir. Du fühlst dich enttäuscht? Okay. Du fühlst dich verlassen? Okay. Du fühlst dich zurückgewiesen? Okay. Wie gehst du mit diesen Gefühlen jetzt um? Und die Lösung liegt nicht dabei, herauszufinden, wie geht es denn jetzt dem Partner? Was macht denn jetzt der Partner? Ist er jetzt glücklicher mit der anderen? Oder was hat er sich dabei gedacht? Das ist eigentlich schnurzpiep egal, was dieser Ex-Partner dann sich denkt oder fühlt. Es geht nur um deine eigenen Gefühle. Denn die hast du in der Hand und die kannst du lösen. Und das wäre wirklich so ein ganz wichtiger Tipp. Und der führt mich auch gleich direkt zu Tipp Nummer 3. Denn Tipp Nummer 3, da geht es jetzt darum, die eigenen Gefühle schätzen zu lernen. Das heißt, wenn du dich verliebst und womöglich wird diese Liebe nicht erwidert, vielleicht bist du unglücklich verliebt, dann schätze das, dass du dich so öffnen kannst. Dann sieh das als eine Qualität von dir. Denn dein Gefühl Liebe ist ja ein schönes Gefühl. Es ist ein erhebendes Gefühl. Es ist ein Gefühl, das dich raufbringt, das dich in die Ekstase bringen kann. Und du kannst so empfinden. Und da spielt jetzt mal keine Rolle, was da von diesem Liebesgefühl erwidert wird oder nicht. Sondern es ist dein Gefühl, es ist dein Geschenk. Und du bist in der Lage, das zu empfinden. Und dafür sei dankbar. Und dafür lob dich selber und sag, okay, ich bin so, ich liebe so. Und das ist meine Qualität, das ist mein Geschenk. Und dann bleibt dieses Gefühl auch bei dir und du verzweifelst nicht so schnell. Auch wenn die Liebe womöglich nicht erwidert wird. Mein Tipp Nummer 4 bei Liebeskummer ist dann letzten Endes auch der, wenn du in der Situation bist, dass du da leidest oder dass du dich verliebt hast, dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, einen Abstand zu gewinnen zu der Person, in die du dich verliebt hast. Egal wie toll die Freundschaft sein mag, egal wie wertvoll und wichtig diese Person auch sein mag, distanzier dich am besten, triff dich nicht mehr zu viel und geh lieber da alleine durch und klär deine Gefühle für dich. Denn es ist wirklich nicht hilfreich, jemandem nachzuweinen und den immer wieder vor der Nase zu haben, der womöglich deine Liebe nicht erwidert. Und deshalb wäre mein Tipp eine klare Trennung. Auch wenn du verlassen worden bist, zieh eine klare Grenze. Erledige die Sachen, entferne sämtliche Dinge, die du von deinem Ex in der Wohnung hast, aus deinem Sichtfeld zumindest, wenn du es schon nicht wegschmeißen willst, dann entferne es aus dem Sichtfeld, pack die Fotos weg, lösche die Telefonnummer. Das ist erledigt, die Sache ist vorbei. Denn wenn du mal verlassen worden bist, dann lass es ruhen. Und wie gesagt, es kommen andere, aber schau, dass du möglichst wenig hast, was dich an diese Beziehung erinnert. Und einen Tipp habe ich auch noch, gestehe dir bitte ein, zu leiden, traurig zu sein, Abschied zu nehmen. Das ist ganz normal und es gehört einfach dazu, dass man da ein bisschen reduziert ist, dass man wehmütig ist. Aber wie gesagt, wenn du mit den Emotionen bei dir bleibst, wirst du da schneller rausgehen können aus diesem Leidensdruck und es wird dir einfach auch leichter fallen. Und auch wenn du glaubst, nicht offen zu sein für eine neue Beziehung, warte ab, die Zeit hat alle Wunden. Also im Zweifelsfall, lass die Zeit für dich arbeiten. Und wie gesagt, sei arm, leide und dann löse die Geschichte auf. Ich kann dir noch eine Geschichte aus meiner, einer meiner emotionalen Waterloos erzählen und wie das dann auseinandergegangen ist. Ich habe da ganz viel in diese Beziehung rein investiert und wie das auseinandergegangen ist, habe ich mal als erstes gleich mal einen Freund angerufen. Wir waren damals noch in der Studienzeit und habe gesagt, du weißt was, ich besuche dich jetzt mal. Ich fahre jetzt mal nach Graz zu dir. Der hat mich hier schon ewig eingeladen und ich war dann da einfach mal ein Wochenende mit dem Feiern und war in einem anderen Umfeld. Ich habe neue Leute kennengelernt, sogar eine neue Frau kennengelernt da in Graz. Und es ist wirklich, wirklich viel leichter gewesen. Und wie ich dann zurückgekommen bin, hatte ich einen klaren Kopf und wusste, okay, das ist jetzt beendet, was gehört noch gemacht. Ich war dann auch sehr rationell und es war dann einfach, es hat mir geholfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das heißt, ich habe mich da einfach abgelenkt durch einen Tapetenwechsel. Aber gerade wenn du die Möglichkeit für einen Tapetenwechsel nicht hast, dann schau auch, dass du andere Ereignishorizonte rein findest, andere Erlebnisse machst. Geh mal weg mit deinen Freunden oder mach mit deinen Kindern einen Ausflug. Schau einfach mal, dass du auch ein bisschen einen Tapetenwechsel hast. Das hebt auf jeden Fall die Stimmung. Und wie gesagt, dieses Selbstmitleid, sich selbstbemitleiden und trauern ist völlig in Ordnung. Nur schau, dass es nicht permanent passiert. Und da gibt es noch einen tollen Tipp. Und der ist wirklich, klingt jetzt ein bisschen, klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich mache das irrsinnig gerne. Wenn ich an etwas leide, so emotional leide, dann gebe ich mir am Tag eine gewisse Zeit, wo ich leide, wo ich wirklich ganz arm bin. So vier, fünf Minuten bin ich total arm und total verlassen und total geknickt und zelebriere das richtig. Aber nach fünf Minuten sage ich so, aus, das war es jetzt mit Selbstmitleid. Jetzt geht es wieder weiter. Und dann ist die Sache auch erledigt. Dann schleicht sich das auch nicht so in den Alltag ein. Und damit bleibe ich dann klar und entspannt und kann einfach dann auch wieder meine Alltagsdinge erledigen. Liebeskummer ist natürlich unangenehm, aber er lässt sich heilen. Er ist heilbar. Und halte nicht an etwas Vergangenem fest, sondern schau, dass du ganz gegenwärtig, ganz bewusst im Hier und Jetzt bist mit deiner Aufmerksamkeit. Und da gibt es eigentlich nichts Heilsameres. Und wenn du das Gefühl hast, du steckst fest, du brauchst einfach eine Hilfe von außen, gerne machen wir uns einen Termin aus. Wir können da auch energetisch arbeiten, dass ich dich halt wieder herhole, dass man diesen Kopf und diese Verkrampfung, das ist dann im Energiefeld oft wie so eine Krampfader, kann man sich das vorstellen. Man denkt nur an das eine und ist darauf fixiert, dass sich das löst. Also da kann man schon energetisch was machen. Aber wie gesagt, mit diesen Tipps kannst du sicher auch ganz gut selber etwas machen. Und ich verlinke auch nochmal eine Meditation unten im Text rein, auch vom Kanal, wo du eben nochmal so alte Bindungen loslassen kannst. Also da hast du dann schon ein paar Tools in der Hand, ein Erste-Hilfe-Set sozusagen gegen Liebeskummer. Ich wünsche dir natürlich alles Glück in der Liebe und mögen dir stets rote Rosen gestreut werden. Aber wenn es nicht so ist, du bist alt genug und du kommst damit klar und du wirst es schaffen und die nächste Beziehung wird besser. Das garantiere ich dir. In diesem Sinne, alles Liebe, wir hören uns nächste Woche und daran denken, RNI bringt Energie. Ich freue mich auf einen Daumen hoch für dieses Video, teile es, abonniere den Kanal und wir hören uns wieder. Alles Gute. Ciao, ciao.